So meine Freunde, und bevor ich es vergesse, ihr müsst selbstverständlich nicht euren Freundeskont in die Kommentare schreiben, den brauche ich ja nicht, wenn ihr, ja, was von mir zugeschickt bekommt. Ihr könnt mir zwar optional eure Adresse und die Farbe und die Hose, wobei, das hatten wir schon mal, lassen wir das Thema. Ja Leute, ihr braucht euren Freundeskont nicht schreiben, einfach nur, ich möchte teilnehmen und, ja, heute gibt es auch keine Zusatzaufgabe, es wird dann beim Weihnachtsbeschle was Kleines geben, aber das sehen wir alles noch, bis dann Leute. So meine Freunde, damit herzlich willkommen zum letzten Türchen, beziehungsweise fast letzten Türchen von Silvers Advents, ja, heute ist Weihnachten, ich nehme das jetzt auch an Weihnachten auf, um 11.11 Uhr. Okay gut, ähm, lassen wir das. Ja, wir nehmen das hier heute auf und bevor ich irgendwas sage, heute wird noch ein Weihnachtsspecial kommen, es wird kein krasses Special kommen, es wird einfach nur, es wird das heutige Türchen ausgelost, Deswegen habt ihr auch heute weniger Zeit, euren Namen hinzuschreiben, da erkläre ich gleich alles nochmal, ähm, ja, einfach dran denken, heute habt ihr weniger Zeit, das erkläre ich alles noch. So, wir haben jetzt erstmal 40 Nummer, das generaten wir und dann rede ich weiter und, boah, bin ich verschnupft. Nummer 38, sehr praktisch, muss ich nicht so viel scrollen, ähm, muss ich das nochmal runterschieben, so, du machst nicht mit, ich möchte auch nicht mitnehmen, okay, 1, warte mal, 40, 39 und 38. Jawohl, Nano gewinnt, ja, herzlichen Glückwunsch, Nano, Bro. Äh, Nano ist nämlich ein ziemlich guter Kollege von mir, hat mir auch Pokémon geschenkt, also herzlichen Glückwunsch, kann ich ihm gleich mal in Skype schreiben, ähm, ja. Also Leute, ich bedanke mich für euer Teilnehmen, ähm, Nano gewinnt hier dieses erste Spiel, aber heute wird nämlich um 18 Uhr werde ich wahrscheinlich einen kleinen Vlog aufnehmen, ich werde einfach ein bisschen so über das vergangene Jahr vielleicht ein bisschen plaudern, ähm, dann werde ich das 25. Türchen aus, äh, 25. Türchen, ich werde den Gewinn vom 24. Türchen auslosen, und ja, eigentlich habe ich das als Stream geplant, aber, ja, auf YouTube zu streamen habe ich noch nie gemacht, und ich habe da jetzt keinen Bock, mich da einzulesen, und ich weiß noch gar nicht, ob ich das darf, ob man da eine bestimmte Abonnentenmenge braucht, ich glaube 10.000, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau, deswegen, äh, ja, werde ich das einfach in so einem kleinen Vlog machen, und, ja, deswegen werde ich auch heute, jetzt nicht gleich die ganzen Weihnachtsmünsche los, ich sage euch einfach nur was, bis heute, 18 Uhr müsst ihr, wirklich bis 18 Uhr müsst ihr mir das geschrieben haben, das ist ganz wichtig, das Video kommt jetzt um circa 11.30 Uhr, weil jetzt ist 11.13 Uhr, äh, 13, kein Spaß beiseite, Leute, ja, das Video kommt dann um, ja, 18 Uhr werde ich das Video aufnehmen, dann kommt es kurz danach, ja, also heute wird verlost Mario Kart 7, ähm, ja, ich habe halt einfach diese beiden Mario-Spiele, die ich eigentlich kaum spiele, weil ich bin ja eh nur am Pokémon spielen oder so, ja, aber, ja, ich wünsche euch jedenfalls viel Glück bei der Teilnahme, ähm, ja, einer von euch gewinnt, Nano, noch mal herzlichen Glückwunsch an Deins, und, ja, Nano, jetzt brauche ich in dem Video nicht erwähnen, wie ich das euch schicke, aber ich werde den Gewinner, weil ich glaube nicht, dass noch mal ein Bekannter von mir das gewinnt, das per Post schicken, also, ich werde euch privat anschreiben, eventuell werdet ihr mich auf Skype haben oder auf Facebook, dann schreibe ich mit euch, ähm, dann gebt ihr mir halt eure Adresse oder so, keine Sorge, ich gebe dir jetzt nirgendwo weiter, was will ich damit, ähm, ja, und dann schicke ich euch das einfach, und dann könnt ihr am besten auch mal ein Foto davon machen, wenn es angekommen ist, und dann sagen, jo, ist angekommen, Silva hat er nicht beschissen oder so, und ja, also jedenfalls, Leute, wir sehen uns heute kurz nach 18 Uhr, ich bedanke mich für das Zuschauen, wenn euch der Preis gefällt, dann lasst doch eine positive Bewertung da, ich wünsche euch noch einen schönen Weihnachtstag, ich sag noch nicht fröhliche Weihnachten und so weiter, weil das kommt alles noch, bis dann, Leute, ciao! Bis zum nächsten Mal!